Wir sind schon da. Wir sind schon im Schurzwald. Caspar, the ugly boy, spielt mit. Okay. Oh, warum ist denn die Fäule schon hier? Mech-Fäule. Fast eine Beule ist sie voll. Erstmal der Hässliche verfolgt. Was soll das? Ich will nicht so viel Herzschlag haben. Oh, warum direkt nicht? Caspar, du ugly boy. Den hat er ja keinen Bock. Ja, er kann rennen, aber er kann gleichzeitig einen 360-Megamillimeter-Wurst-Türn machen, oder was? Also, ganz ehrlich, dieser ugly Typ, der geht mir jetzt schon auf den Sackfett, da habe ich mir. Natürlich. Gerade wollte ich erst mal mein Kistchen aufmachen. Da kommt dieses Hessler an. Und jetzt fasst er hier irgendwo an Jen. Ja, bei mir, was soll das? Ja, weiß ich auch nicht, was es soll. Boah, meiner ist schon so weit gewesen. Oh, die andere wird verfolgt. Ah, das ist ja die neue Map. Das macht der andere Typ da eigentlich, der glotzt nach unten, der Hässliche. Steht einfach nur da. Mist, jetzt kann ich ja nicht mal sabotieren. Komm ja weg, oder? Ich rette gleich. Der Caspar ist auf jeden Fall an einem Jen. Ich rette! Alter. Wieso wusste der, dass ich hier bin? Das ist ehrgerlich. Renn, Hildegard, renn! Oh, hier ist ja schon die Palette gezogen. Oh! Sagt doch, ja, natürlich. Als Schatz, hier bin ich. Ja, was ist denn hier? Dann geh doch weg. Nein, ich habe gesagt, ich habe in dem Gebiet wohl schon Jems gemacht. Ich dachte, in irgendeiner Form, dass ich da auch wegkomme. Das ist einfach parallel, die ganze Zeit zu mir gerannt. Ja, ich gebe zu, meine spielerische Leistung ist in diesem Part bisher sehr schlecht. So, ich habe auch was gemacht. Ah, mein Jen ist gesperrt. Das war wohl der, der am weitesten ist. Mit einem Prozent. Oh, geh weg da! Ich muss hier irgendwie weg, Mann! Mann! Ich komme nicht weg! Jeder ist es... Brennst du wieder am Maprand entlang, oder? Nein, ich versuche einfach nur hier wegzukommen. Überall ist gerade der Marathon-Mann unterwegs. Hallo, komm, wir heilen uns. Wollen wir den Jen einfach mal schnell durchspannern? Nein, ich möchte aufgeheilt werden. Ja, aber die werden zu zweit verfolgt da drüben. Nein, es wird nur einer verfolgt. Nein, die waren in der Kolonne. Ich sehe es doch, die sind doch beide verletzt, ich sehe die doch. Mann! Ich halte dich jetzt nicht zu Ende. Ich lasse einen Zippel übrig. Dann werde ich die ganze Zeit daneben drücken beim Jen. Dann wirst du hängen. Nee. Dann zeige ich auch dich. Oh, da hast du es. Mach mal den Jen weiter. Ja. Ach, ich kann eh nicht sabotieren, ist zu weit weg. Kaspar, siehst du, jetzt wird die andere verfolgt. Habe ich doch gesagt. Hä? Ja, Jutsi hatte gerade hier schon die Krallis. Wir ziehen erst mal schnell durch, oder? Scheiße, er kommt zu uns. Von wegen, wir ziehen mal schnell durch. Daneben gehauen. Trottel. Er verfolgt dich. Ich mache den Jen weiter. Komm schon. Sag, wenn er von dir ablässt, ich bin beim Jen. Ähm, ist noch hinter mir her. Noch acht Sekunden. Äh, ich glaube nicht mehr. Okay, muss weg. Doch. Ist noch. Nee, ist bei mir. Ah, nee. Okay, ich ziehe ihn weg. War das unser Jen, der so weit war, oder? Oh, nee, er kommt wieder zu mir. Nee, er kommt wieder zurück. Scheiße. Er kommt zu dir. Ich bin wieder am Jen. Ich bin wieder am Jen. Nee, er kommt zurück. Oder? Ah, bin durch. Alter, ich dachte, der Killer verfolgt mich. Das ist der Typ, der hier so... Ich komme mit diesem Gebäude hier noch gar nicht so richtig zurecht. Okay, Kasperle ist unterwegs. Ich bin in dem Hauptgebäude. Ich bin bei der Killerhütte, die ist ein Jen an. Nee, warum? Doch. Wo ist er denn? Beim Kasperle. Ach so, das Kasperle wird verfolgt. Das Kasperle ist wieder dran. Oh, ich habe daneben gedreht. Wo ich bin. Ich habe extra daneben gedrückt, damit alle wissen, wo ich bin. Auch der Kasperle. Das Kasperle, natürlich. Jazzi, die heilt nicht. Jazzi, er kommt. Jazzi kriegt dadurch auf den Sack. Aber die Zacken, die zappeln. Die zappeln nicht Zacken. Scheiße. Wie gesagt, Killerhütte bin ich. Ich bin bereit, Hilfe anzunehmen. Oh. Er verfolgt mich. Also, es wird hier kritisch. Was machen das Kasperle? Weißt du, was der Kasper macht? Nein. Er trägt dich doch. Kannst du auch gucken. Nein, kenn ich nicht. Okay, die ist hochgeheilt. Er kommt. Oh, sie. Sehr gut. Ich versuche dich zu retten. Läuft durch die Gegend. Er will die andere. Ja. Ich gehe wieder zurück. Kasper, rette dich. So, einmal Sprintboost, bitte. Kasper! Ich will hier nicht geheilt werden von dir. Zack. Wie gesagt, also bei der Killerhütte sind noch zwei Gents. Einer zur Hälfte an. Und einen habe ich angefürzt. Chatsy! Das ist schlecht. Kommt zu mir. Jetzt muss ich weg. Oh, dass der einfach den U-Turn so schnell hinkriegt. Ja, der kann es richtig gut. Das ist einfach... Dann versuche ich mal zu retten. Ja, ich renne weg. Wow, der rennt dann vorbei. Aber dann rennt er doch... Was? Das ist doch irgendwie unmöglich. Das war doch... Das lässt mich raten. Das ist ein PC-Spieler. Das gehört doch irgendwie... Der muss doch eine Bewegungseinbuße haben, wenn der so rennt. Scheiße. Mann, ich wollte eigentlich sabotieren, Schatz. Aber ich dachte, du trägst einen anderen Haken. Das macht mal eine Gender bei der Killerhütte. Der zweite hinten. Da, wo ich ungefähr hänge. Okay, ich werde gerettet. Ja, von mir, du Nuss. Achso. Ja, ihr macht den Gen mit fertig. Killerhütte. Da hinten. War die nicht hier? Doch, hier. Fertig. Komm, den zieh mal durch. Und direkt hinter dir oder neben dir ist irgendwo noch einer. Zu dritt. Schaff mal den. Das schafft der Gaspar durchzuhalten. Der heilt dich erstmal schnell. Er lässt ab. Kommt zu uns. Hinter dir. Lass. Er will zu dir halt. Ja. Ich renne Richtung Killerhütte. Tank für dich. Bleib kurz hocken. Nee, ich gehe... Doch, er ist hinter der anderen her. Ja? Ich heil dich kurz zu Ende. Was war denn das? Ein Asten. Da war der Gen irgendwo. Wollen wir hier weg, ja? Hier ist kein Gen. Nee, da hinter der Killerhütte. Direkt neben dem, wo wir gerade waren. Oh. Aber ich habe irgendwo auch schon mal einen angefangen. Oh, Kaspar ist am Gen. Stimmt. Okay, ich gehe retten, oder? Hier ist auch einer gewesen. Ich gehe retten. Ich gehe sabotieren. Ah, geht wieder woanders hin, ey. Der Humble Johnny. Kaspar Johnny ist bei mir. Kaspar Johnny, wenn er jetzt ankommt. Achso, er rennt da hinten lang, ja. Komm mit. Kaspar! Mach keine Faxen. Hier war doch irgendwo der Gen. Da. Scheiße. Ich bin im Hauptgebäude. Sehr gut. Spiel auf Zeit. Wir sind dran. Wir kämpfen. Ich stehe eine. Auf dem Platz. Ich kenne das Gebäude zu schlecht. Ich komme schon mal Richtung Rettungsaktion. Pass auf, er tritt hier erstmal gegen den Gen. Sehe ich hier nicht gerade für einen Moment. Weil ich kämpfe. Keine Ahnung, wo er hin ist. Okay. I'm coming. Er wird aber zu dem Gen gehen, wo wir gerade dran waren. Ja. Oh, hier ist er auch einer. Ja. Aber der andere ist ja schon drei Viertel fertig. Ja. Oh, das war eine Glühve. Geh mal zur Seite. Okay. Das ist halt wichtiger. Wo bist du? Ja, nimm Gen. Wollen wir den anderen machen, oder? Nö. Da ist ja der Kaspar. Wenn wir drüben sind, ist auch egal. Ah, der Kaspar ist voll. Ja, okay. Ist wahrscheinlich egal. Der Kaspar wird nicht verfolgt. Doch der rennt aber auch rum. Ja, weil der hat keine Zacken. Backen, backen. Ja, manchmal kommen die auch nicht. Ja? Doch, das ist ja nicht scheiße. Ich glaube, es geht nach hinten. Ja. Okay, ja, jetzt. Wir schaffen es. Kürzester Ausgang. Siehst du irgendwas von hier? Nö. Den linken. Soll ich nochmal heilen? Das wäre schon gut eigentlich. Oder ich renne vor und mache auf. Und du versteckst dich in der Zeit. Um keine Zeit zu verlieren. Ja, können wir auch machen. Komm, dann mach's. Nee, nee, lass. Jetzt haben wir angefangen. Weil der andere schon wieder nicht mehr verfolgt wird. Doch, wird doch. Das wäre bestimmt nötig. Oh Gott, ey. Das wäre so geil, wenn wir jetzt rauskommen. Das ist eine spannende Runde. Vor allem zu zweit am Ausgang ist nicht schlecht, ne? Ja. Einer fasst an, der andere versteckt sich. Sobald der andere verfolgt wird, übernimmt der andere. Verstanden? Haben Sie ihn hier? Ja. Okay. Mach doch das Ding auf. Oh, der Kasper macht's richtig. Ja, siehst du ihn? Ja, ja. Er ist bei der Killerhütte. Na, da müssen wir ihm auf jeden Fall entgegenkommen. Wie weit bist du hier? Bei 99,999. Ich geh rüber. Nee, ich sag nicht. Gaspelé. Wir können auch den anderen Aufgang nochmal ausmachen. Das Problem ist, das Vieh ist halt so schnell, ne? Ich weiß, wie wir zum falschen Ausgang gerade ran. Nee, der Vieh ist ein Ausgang noch. Ja, ich mach den anderen noch auf. Nee, das mach ich jetzt. Lass mich doch. Warum? Oh Gott, Punkte. Versuche ihm in irgendeiner Form zu helfen. Siehst du ihn? Ja, ich seh ihn, aber er ist ja arschweit weg, also. Ich dachte, das ist bei der Killerhütte. Hier ist doch die Killerhütte. Nee, da ist er nicht mehr. Wo ist jetzt nochmal der Ausgang? Hier. Ja, wo ist er denn? Sag mal ein Brun. Ah, kann ich jetzt nicht sagen. Okay, ich geh rüber. Ich glaube, er rennt weg. Scheiße, er hat mich gesehen. Mach auf, mach auf und hau ab. Alter, was rennst du? Du sollst hoch heilen, du Blödhammel. Okay, ich hau ab. Ey, ganz ehrlich, so ein Idiot. Der wird mich jetzt erwischen wegen so einer Scheiße. Nee, ich hau ab. Ich hau ab. Ist mir zu doof. Jetzt heilt er sich hoch. Der Zug ist abgefahren. Ist bei mir. Ich hau ab. Gut, bin raus. Warum kriege ich der da ewig rum? Der sieht doch, dass wir auf ihn zurennen. Alter. Kommt ihr raus? Unklar. Was macht der Castor? Der rennt doch schon wieder. Ich weiß es nicht. Wird verfolgt. Ist tot. Nee, harte Neben gezündet, Alter. Geh raus. Also nicht ihm entgegenkommen. Der spielt mit dem Feuer. Kannst du im Ausgang warten. Naja, wird halt verfolgt. Aber er macht's auch absichtlich, oder? That's the end. Ich würde nicht hingehen. Du kommst nicht weg, wenn die anrennt, ne? Ja, da kommt sie. Hau ab. Mann, ich hätte gerne noch sabotiert. Also das war dumm. Der Kasperler. Der Kasperler hat echt Kasper. Der hat da gemacht. Ja, aber wenn wir ihn hochheilen, hat er dann auch noch mal geliehene Zeit. Oh, er lässt ihn raus. Nee. Doch. Warum denn das? Also komm. Das ist ja albern. Weil er gut gespielt hat, vielleicht. Wie der Kasper. Ja, der hatte natürlich Barbecue. Das haben wir ja schon gemerkt. Das war Gasse. Das war eigentlich auch da. Der Feuer. Ach, der hat auch hier dieses komische Schatten. Geborene. Wieso auch? Hattest du das nicht letztens, als du online gespielt hast? Nee. Beobachten und zuschlagen. Aber das vergrößert auch den Sichtdienkurs. Jetzt ist es.